Hallo meine Lieben und Herzlich Willkommen zum zweiten Video heute. Heute, ich habe ja im vorherigen Video gesagt, dass ich heute jetzt noch den Klangkrieg angreifen werde. Das ist wichtig, wir werden jetzt auch noch den Nachthof angreifen. Und ja, dann schauen wir einfach mal, probieren ein Taktik aus. Und ich denke, das wird ganz cool werden. Jetzt muss ich das hier noch fertigladen. Es gibt ja eigentlich schon einen Hintergrund, aber irgendwie ist der nicht gekommen bei mir. Ist mir auch ehrlich egal. Und da sind wir jetzt noch drin. Sind die anderen Truppen schon fertig? Ja, bald. Bald, 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 bald. Der ist ja nicht gut. Nein, 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 nicht in mehr Spiele kommt. Nein, 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 nein. Oh nein, der ist uns gut. Hu! Okay. Äh, ja. Ähm, müssen wir noch einen Klangkrieg? Oh, die liegen um drei Stände vorne. Ich muss die 18 fast angeheffen. Ja, vielleicht schaffe ich drei Schäte bei der 18. Okay, äh. Wow. Gut, so könnte ich da. Gut. Ich weiß, wie ich jetzt gleich die Klärmung auslöse. Ich weiß. Okay. So hab ich das geplant. 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 Wie haben wir das geplant? Du dedo dedo dedo. Du dedo dedo dedo. vielleicht wenn wir wirst weit die 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 es wird 3 sterne jetzt machen wir mal so es werden safe 3 sterne damit wir uns gut zu bekommen damit wir vielleicht noch den klang gewinnen das wäre ziemlich gut Denn wir müssen diesen Klang nicht unbedingt gewinnen, damit wir wieder mehr Siege haben. In letzter Zeit haben wir nicht so viele Siege erreicht. Deswegen, ja. Aber es war ein guter Drei-Sterne-Angriff. Leider habe ich davor ein bisschen verkackt und habe nur ein Stern geschafft bei der Nummer 19. 72% hier. Da hat zum Glück ein Kollege ein bisschen drüber gepusht. Ja, es ist ja Albert, ist nur ein Siebel. Eigentlich ist er neuner, aber... Es hätte er besser gekonnt. Ja, okay. Von wo hat er denn angegriffen? Das betrifft mich jetzt. Okay, jetzt kommt hier rein. Dann kommt hier vielleicht in die Kabel. Ja, ich habe da was dran. Es ist wie so ein Scheiße gelaufen. Da wollen wir gar nicht weiter angucken. Ich weiß, dass ein Stern geworden ist, weil sie einfach nur Scheiße gelaufen sind. Das ist immer so. Ich habe oft so Angriffe, da gehen sie einfach nicht aufs Rathaus drauf. Da gehen sie einfach nicht drauf. Aber ob das die nicht jucken würde. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Okay, es muss noch einer angreifen. Er hat doch nicht angegriffen. Also, Diallo. Du Kleider. Ach, komm, Diallo. Wo ist er denn? Diallo. Ich verstehe nicht, warum Diallo nie angreift. Verstehe ich leider nicht. Es könnte jetzt an ihm scheitern. So lange ist er noch gar nicht auf. Und er hat sogar Truppen. Zwar nicht Full-Truppen, aber er hat Truppen. Komm, ey. Wenn wir jetzt wegen dem verlieren. Oh, na, ich flippe auf. Hier, falls ihr mich als Freund haben wollt, nehmt, gebt mir Kürzel ein. Neun, großes J, großes C, großes P, großes Q, großes L, großes U, großes O, großes R. Das ist mein... Und ich habe schon ziemlich viele Freunde. Was ist das? Jo, okay. Und nötige Daten. Wenn das jetzt so nötige Daten ist, also, pfff. Wehe, dann macht ihr ne Scheiße. Aber ich würde sagen, das war's von dem kurzen Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Und dann. Ciao.